So. Komm, du die Hände mit der anderen Hände auch. So, komm, gut halten. So. Ja, Reiki! Ich habe gesagt, du sollst dich gut halten! Zuerst heult er mir, weil es ihn wieder von einem Hebrugring gebracht hat, wo ich ihm genau gesagt habe, dass das von Anfang an sein kann. Dann will er rausgehen, dann sage ich, gut halten die guten Fingern, und dann lässt er sich von halb oben fallen fallen. Das ist einfach, wenn du bei solchen Dingen dabei sein musst, dass du dich einfach ein bisschen wie ein grosser Junge benutzen kannst.